Advent, Advent, die Cloud ist nicht mehr von meinem Rechner getrennt. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 5 von Advent of Code, Binary Boarding. Wir wollen heute uns eine kleine Lösung schreiben für das fünfte Rätsel. Wie gesagt, die bestehen ja immer aus zwei Teilen und wir sind hier auf das Flugzeug aufgestiegen, haben allerdings mittlerweile den Boarding Pass verloren. Doof gelaufen, jetzt müssen wir nämlich unseren Sitz errechnen. Und das machen wir natürlich wie jeder normale Informatiker, indem wir aus Versehen mal jeden einzelnen Boarding Pass scannen und mit einer Kamera und dann natürlich direkt alles berechnen können. Und ja, im Endeffekt ist dieses Flugzeug einfach nur komplett Banane. Da steht nämlich nicht drauf, wo man sitzt, sondern es steht drauf FB, FBB, FF, R, L, R. Was im Endeffekt heißt, ja, so musst du quasi da hinsitzen. Und im Endeffekt, was hier gemacht wird, ist eine binäre Suche. Das bedeutet, wir haben, das erste F steht für Front. Das bedeutet, wir haben hier quasi am Anfang alle Reihen. Also wir haben insgesamt 127 Reihen von 0 bis 127 jeweils durch. Also wir, eigentlich haben wir 128 Reihen, wir fangen aber mit 0 an zu zählen, weil offensichtlich die Fluglinie ziemlich informatikerlastig ist. Ähm, und ja, hier haben wir dann plötzlich, ähm, ein Front. Das bedeutet, wir müssen nur die erste Hälfte angucken. Also die erste Hälfte, die quasi weiter vorne sitzt, also 0 bis 63. Wenn wir ein B haben, müssen wir quasi die hintere Hälfte angucken. Und so unterteilen wir das immer weiter, bis wir exakt bei einer Reihe übrig bleiben mit diesem letzten F. Das heißt, die ersten sieben Buchstaben F oder B, also müssen F oder B sein. Und die stehen genau dafür, nämlich welche Reihe wir haben. Das ist quasi eine binäre Suche, die wir hier machen. Und hinten passiert genau dasselbe, nur mit den Sitzen. Es gibt 8 Sitze in jeder Reihe und wir müssen quasi das, ähm, R, L, R dekodieren in den jeweiligen Sitz. Das bedeutet, R und, ähm, R ist im Endeffekt die Upper Half. Also, Right ist quasi die höheren Zahlen, Left ist die niedrigeren Zahlen. Und ja, so geht man quasi auch wieder von links nach rechts durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir im Endeffekt Reihe 44 Spalte, ähm, oder auch Sitz, äh, 5 in dieser Reihe. Und damit können wir uns die insgesamte Sitz-ID ausrechnen, nämlich 44 mal 8, weil es in jeder Reihe 8 Sitze hat, plus 5, weil wir eben den fünften Sitz in der Reihe haben. Und damit kommen wir auf 357. So, und das müssen wir jetzt quasi für alle anderen Gäste machen, um dann rauszubekommen, so wie ich das verstanden habe, welchen Sitzplatz wir haben. Aber ich glaube, das ist erst Part Nummer 2. Part Nummer 1 ist, welches ist eigentlich die höchste Sitz-ID insgesamt. Ähm, und das müssen wir natürlich erstmal rausholen, das heißt, wir öffnen hier mal unsere Challenge. Und wir sehen auch direkt, dass es hier alles sauber sortiert. Hier gibt es niemanden, der irgendwie rumgecheatet hat oder irgendwie einen komischen Input hat. Das heißt, wir müssen hier nicht mal irgendwie Sanity machen, dass irgendwelche Eingaben fehlen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, jetzt können wir hier eigentlich direkt anfangen. Ähm, sagen wir einfach mal hier, Sitz ist gleich, ähm, beziehungsweise eigentlich wollte ich mit With wieder arbeiten, weil ihr, ja, fandet das eigentlich, glaube ich, auch in Ordnung. Und da draußen mal wieder mal jemand, er muss ganz, ganz dringend mit einem, ähm, mit Lärm vorbeifahren. Okay, unsere Datei heißt 5 und, ähm, wir öffnen die natürlich. Und ja, wie nennen wir unsere Liste? Nennen wir sie einfach mal Sitz ist gleich F.ReadLines. So, damit müssten wir alle Sitze haben. Und ja, jetzt können wir die quasi hier dekodieren. Was wir eigentlich aber auch direkt machen können, ist hier, wir iterieren mal 4i in Sitz durch oder 4s in Sitz, mir egal. Ähm, und wir, wir bearbeiten diese Sitz quasi. Wir nennen das jetzt einfach hier auch, äh, Sitz Original. Das ist, glaube ich, angenehmer. Und jetzt berechnen wir unsere tatsächlichen Sitz als leere Liste. Und wir konvertieren das tatsächlich in Binär, weil ich möchte eigentlich nicht mit diesem F, B oder sowas arbeiten, sondern ich möchte eigentlich zwei Dinger hier drin haben. Nämlich einmal dieses RRL möchte ich gerne haben als Binär. Ähm, und einmal dieses BF möchte ich auch als Binär haben. Das bedeutet, ähm, wir müssen eh alle ausrechnen. Also sagen wir hier einfach Sitz.append. So, und jetzt wurde das unterteilt in Row und Column. Ich würde das hier tatsächlich mal als Tupel einfügen, Row und Column. Und die berechnen wir jetzt hier mal oben drüber. Row und, äh, Column. Okay. So, Row wurde berechnet quasi über die ersten sieben Buchstaben. Also es sind exakt sieben. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich, ähm, unser I von 0 bis 7 nehmen. Und ersetzen jetzt hier tatsächlich mal das F durch, jetzt müssen wir gucken, was ist denn das F eigentlich? Was, was ist denn unser F eigentlich? Ähm, unser F ist die Lower Half. Also eigentlich die 0. Während das B die höhere Zahl ist, also das binäre, die binäre 1 eigentlich eher. Also ersetzen wir F mit 0. Ähm, und wir ersetzen, ups, ähm, eigentlich habe ich hier sowieso schon Mist gebaut, ne? Eigentlich sollte das so aussehen. Okay. Und wir ersetzen das B mit der 1. Ups, nicht mit der F, sondern mit der 1. So. Und, ja, was wir jetzt hier machen ist, wir konvertieren das Ganze in Integer. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Okay, das sollte eigentlich klappen. Ähm, und wir printen das natürlich dann am Ende hier erstmal direkt aus. Print Row, Row, oder printen wir erstmal hier Row gleich, ähm, ja, gleich, genau. Gleich und dann hier Row rein. Und dann machen wir dasselbe mit der Column natürlich noch, weil ich gucken möchte, ob das auch überhaupt funktioniert hier. Column ist gleich Column. So. Okay, die Column machen wir quasi genau gleich. Ähm, nur, dass wir hier natürlich bei 7 anfangen, beziehungsweise, ähm, von Minus 3 bis Ende gehen, weil wir genau wissen, das sind 3 Buchstaben. Es sollten 3 sein, wenn ich mich richtig erinnere. R, L, R hatte ich vorhin gelesen. R, 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 genau. Richtig, es sind 3 Buchstaben, also quasi wir nehmen die letzten 3. Das steht hier und ersetzen, jetzt müssen wir gucken wieder, ähm, ähm, nee, Moment, das, das hier ist es. Ähm, und zwar, ähm, und zwar, rechts heißt Upper Half, also rechts ist die 1 und links ist dann offensichtlich die 0. Das heißt, wir ersetzen L mit 0 und das rechts ersetzen wir mit 1. Okay, perfekt. So. Und damit müssen wir eigentlich hier schon mal relativ weit gucken. Äh, komm, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Und zwar sehen wir hier, wunderbar, es hat sogar die Int-Konversion funktioniert. Ähm, jetzt ist es natürlich kein Integer, sondern es ist binär. Das bedeutet, wir wollen den Integer hier mit der Basis 2 berechnen, beziehungsweise konvertieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, wunderbar. Ha, das hat, das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Haha. Ähm, okay. Ähm, die Column hier ist verdammt oft 0. Ist das sortiert irgendwie? Ist das Column 1? Ah, die sind sortiert, oder? Äh, Column 1, 3, Column 0, ne. Haben wir auch noch höhere Columns? Ach so, klar, natürlich. Wir haben hier nur 8 Sitze. Wir können ja nicht hier mehr haben. Das ist irgendwie verwirrend, dass sie das Column genannt haben. Aber ich habe hier einfach die Schreibweise von denen übernommen. Weil wir hier, wie gesagt, äh, Row und Column vorgegeben haben. Okay. Cool. Und ja, jetzt wollen wir den höchsten Sitz. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch umrechnen. Ähm, in einen Sitz. Das heißt, wir sagen hier, Seed ID ist gleich, ähm, Row mal 8 plus Column. Eigentlich, oder? Sehe ich das richtig? Lass uns mal hier die Seed ID noch mit ausgeben. So. Ähm. Seed ID, SID. Seed ID. Okay. Show me your Seed ID. 828. Das sieht doch ganz solide aus. 944. Boah, das ist aber ein großes Flugzeug, Leute. Huiuiui. Moment, wie kommen wir auf 913? 944. Row 118. Okay, gut, wenn wir 118 in Zeilen haben, 118 mal 8 ist ja schon über 800. Ja, das ist durchaus auch möglich. Wir haben ja 256 oder 100, nee, 128 haben wir insgesamt. Das kann schon hinkommen. Ja, doch, das ist gut. Okay. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier das Maximum einfach haben wollen, dann brauchen wir das eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier schon die Seed IDs, ne? Dann können wir eigentlich hier direkt die Seed ID anhängen. Okay, wir haben aus Versehen gerade die ganze Challenge gelöst. Ups. Und ja, jetzt können wir hier einfach das Maximum ausgeben. Max von Seeds. Müssten wir eigentlich ausgeben können. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. 987. Das müsste eigentlich schon unsere Lösung sein. Das war einfacher, als ich dachte. Irgendwie hatte ich da noch ein bisschen... Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Okay, das ist doof. Dann habe ich mich irgendwo verrechnet. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier mal folgendes. Und zwar, wenn wir... Wenn wir hier den Seed reinpacken, also Seeds Original, sagen wir mal, ich will das jetzt wissen, wie das genau ist. Und zwar dieses FF-Ding. Ich mache jetzt hier den Sanity Jack, okay? Machen wir hier eine Liste aus dem. Und dann haben wir hier noch andere Werte, die uns vorgegeben waren. Nämlich der hier. Und wir testen das Ganze jetzt quasi. Der hier. Und der hier. Weil ich gerade nicht genau weiß, was schiefgelaufen ist. Müssen wir natürlich hier überprüfen. So, das ist jetzt quasi unsere Liste. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier ausgegeben bekommen jeweils. Das heißt, wir wollen hier natürlich die Print Seed-ID wieder reinhaben. Schauen wir mal. So, also wir haben einmal 357. 357. Das ist eigentlich richtig. Dann haben wir die... Oh, wir haben... Ah, gut. Das ist das Maximum noch. 567. Das ist auch richtig. Dann haben wir 119 und 820. Das ist eigentlich richtig berechnet. Was ist da mit unserem Maximum schiefgelaufen? Was ist denn unsere Antwort hier? Also, was müssen wir denn als Antwort eingeben? What is the highest Seed-ID on a boarding pass? Look through your list of boarding passes. What is the highest Seed-ID? Das ist doch eigentlich korrekt, oder nicht? Das machen wir wieder raus hier. Das ist nur unser Sanity-Check gewesen. Ich bin verwirrt. Ich bin hoch... Ah, ups. Ja, das wollte ich nicht. Ich bin hochgradig verwirrt. Warum ist das nicht 987? In meinem Kopf müsste das stimmen. It's the right answer for someone else? Habe ich den falschen Puzzle-Input bekommen? Oder hat sich der irgendwie aktualisiert, oder sowas? Probieren wir es nochmal. Okay, und wenn ich das jetzt mache? 987. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Probieren wir es nochmal. 987. Ah, hä? You gave an answer? Too recently. You have to wait. 17 Sekunden. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier nochmal ein Deep Reload. Vielleicht kriegen wir dann ein anderes Puzzle. Dann holen wir uns nochmal unseren Puzzle-Input. Machen wir mal hier ein fettes Steuerung A. Kopieren das nochmal alles. Und dann gehen wir hier nochmal rein. So, wir saven das natürlich. Wir haben hier auch die richtige Datei geöffnet. Five. So, und dann gehen wir nochmal hier. Ist immer noch 987. Verstehe ich nicht. Ich bin hochgradig verwirrt. Okay, das tut mir sehr leid. Ich überlege auch gerade, ob ich den Teil rausschneide. That's not the right answer. Your answer is too low. Huh. Okay. Wir machen jetzt mal folgendes. Wenn wir 987 haben, dann ist das ja offensichtlich der Höchste. Ja, das ist der Größte, der bei uns drin ist. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den richtig umgerechnet haben. Wobei die eigentlich alle richtig umgerechnet wurden. Vielleicht haben wir dann den falschen Größten ausgerechnet. Dass wir irgendwie, also da steht ja dabei, dass unser Puzzle-Input nicht groß genug ist. Also, hier stand es irgendwo. Ist too low. Das heißt, wir haben noch was Höheres. Irgendwas, was noch höher ist, als das, was wir hier gerade haben. Vielleicht habe ich irgendwo was vergessen oder so. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie sieht das Ganze eigentlich aus? Warte mal. Print. Wie hießen die denn? Wir geben jetzt mal I aus und wir geben die Seed-ID aus. Und wir geben unsere Row aus. Und wir geben unsere Column aus. Und zwar, nur dann, wenn wir hier Seed-ID gleich gleich 987 haben. Dann machen wir das. Ansonsten machen wir das nicht, damit wir das mal ausrechnen können. So. Okay, also. Ach, Gott im Himmel. Ich bin so dumm wieder mal. Ich habe hier keinen Strip drin. Punkt Strip. Wobei, Punkt Replace. Hä? Achso, ja. I.replace. Ich glaube, wir haben noch dann Backslash-N wieder mal drin. Das fuchst mich jedes Mal hier. Der kleine Schlinge aber auch. Was haben wir denn jetzt? Immer noch das Maximum. Wir haben immer noch dasselbe Maximum. Ah. Ich bin dumm. Es tut mir leid. So. Aha. Okay. Jetzt haben wir nämlich als Maximum 989. Das liegt einfach daran, dass wir hier mit dem I falsch angefangen haben. Das ist frech. Wieso hat die Konversion zu einem Integer funktioniert? Das war echt beeindruckend, dass das trotzdem funktioniert. Hätte ich lieber einen Fehler gehabt, ehrlich gesagt. Aber ja, jetzt haben wir 989 als Maximum. Okay. Passt auf New Lines auf. So. Return to Day 5. So. Passt auf New Lines auf. Das ist die wichtige Lektion, die wir hier haben. Ja. Wunderbar. Okay. Continue to Part 2. Gut. Ding. The Fasten Seat Belt Signs have turned on. Time to find your seat. Genau. Wir müssen jetzt wahrscheinlich unseren, ja, what is the seat ID that you, ja, also unsere seat ID müssen wir quasi haben. Oh. It's a completely full flight. Okay. So your seat should be the only missing boarding pass in your list. However, there's a catch. Some of the seats are at the very front and back of the plane don't exist in this aircraft. So you'll, they, ah, okay, das ist fies. Ähm, es existieren nicht alle Plätze, aber wir wussten, oder wir wissen noch, dass wir auch nicht, äh, ganz vorne oder ganz hinten waren. Das heißt, wir müssen, ähm, einen Sitz finden, der leer ist, der aber, ähm, sowohl links oder halt ID plus 1 oder auch minus 1 muss noch auf der Liste vorhanden sein. Also es darf, es dürfen keine zwei leeren Plätze nebeneinander sein. Also wir haben auf jeden Fall jemanden neben uns sozusagen. Gut. Also im Endeffekt suchen wir quasi, ähm, lasst uns mal aus dem ganzen, aus den ganzen Sitzen hier eine Liste bauen bitte, beziehungsweise eine sortierte Liste vielleicht auch, ähm, wobei wir eigentlich keine Sortierung brauchen. Die sind ja quasi schon in sich sortiert. Also die Zahlen sind ja quasi die Sortierung. Das heißt, wir könnten mit einem Set arbeiten. Ähm, okay, wir nehmen jetzt einfach mal, ähm, seat, seat ist gleich. Ah, seat, ähm, seat set ist gleich, so, jetzt haben wir es, set von, so, ähm, und jetzt packen wir da einfach, weil ich bin mir nicht sicher, ob das nicht mega ineffizient wird nachher, wenn wir da durch iterieren müssen. Wir müssen da ja häufiger durch iterieren, als wir eigentlich denken. Wisst ihr was? Wir machen das hier einfach quasi so, dass wir hier erstmal sagen, ähm, seats ist gleich sorted von seats. Okay, damit haben wir quasi unsere Seats-Liste sortiert. Jetzt printen wir uns das, printen wir uns das mal aus, natürlich, ähm, seats. Okay. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und zwar haben wir jetzt hier von 89, das heißt, wir fangen bei 89 an und gehen quasi nach hinten durch. Und wir wollen jetzt nicht in der Lösung gucken, also wir könnten jetzt hier auch einfach auslesen. Aber wir sehen hier, die ersten paar sind belegt sozusagen und die hinteren paar sind quasi auch unbelegt. Also hinten ist auch noch ein bisschen Luft nach oben sozusagen. Okay. Damit müssen wir als allererstes mal, ähm, lasst mich mal kurz was in Python bitte ausprobieren. Und zwar, wenn ich hier eine Liste habe von 1, 2, 3 und 4 und dann wieder 6 und dann 7, was passiert denn, wenn ich hier minus rechne, minus 1, 2, 3. Das müsste doch eigentlich, printx, müsste das nicht funktionieren? Schade, ich dachte, das funktioniert, wenn man das macht. Okay, weil wenn man plus rechnet, hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, was ich dachte. Wenn man plus rechnet, dann kriegt man hier die zusammengefügten Listen. Ich dachte, wenn man minus rechnet, dann kann man das vielleicht abziehen. Ähm, Sekunde, ging das dann mit set? Ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. Ja, ja, nicht plus, sondern minus. Äh, das geht auch nicht, schade. Geht das, wenn ich ein Set und ein Set habe? Irgendwo gab es das. Irgendwo gab es das. Ja, da geht es. Perfekt, das ist genau das, was ich wollte. Sehr, sehr geil. Okay, wisst ihr, was wir machen? Und zwar, ähm, wir nehmen uns tatsächlich hier eine Liste aus diesen ganzen Seeds. Das ist nämlich unsere Seeds hier. Ja, Seeds. Und hier sagen wir, wir wollen ein Set haben aus Range von Seeds von 0, das ist nämlich unsere kleinste Zahl, bis hin zu Seeds von, ähm, von minus 1. Das ist nämlich unsere größte Zahl. Und dann subtrahieren wir einfach das andere Set da raus. Und dann müssten wir eigentlich eine Zahl rausbekommen, nämlich die 548. Und das müsste eigentlich unsere Zahl sein, wenn ich mich nicht täusche. Das sollte eine ziemlich geile Lösung sein. Ja, okay, das hat Spaß gemacht. Ja, cool. Ähm, ich wusste, dass das noch irgendwo geht, aber mit Listen funktioniert es nicht. Seeds war doch gar nicht so falsch, wie ich dachte. Okay, cool. Ja, damit, ähm, war es das eigentlich auch schon wieder von unserer Seite, oder von meiner Seite besser gesagt. Ähm, wir können das natürlich hier noch ein bisschen aufschönen, indem wir hier zum Beispiel noch von 0 machen. Und, äh, wir müssen diese Seeds hier nicht mehr ausgeben. Wenn ich das nachher auf GitHub pushe, dann soll das natürlich auch richtig sein. Ähm, our Seed. Ähm, machen wir das so. Und hier sagen wir, wobei von 0 dürfte ich wahrscheinlich gar nicht machen, weil das ist ja hier ein Set. Ähm, das heißt, ich müsste hier erstmal List von X machen und dann müsste ich von 0 machen. Das müsste funktionieren. Ähm, our Seed und dann haben wir hier, ähm, Maximum Seed ID. Ups, so rum. Und dann hier ein Komma. Okay, wunderbar. Und das sollte jetzt unsere Lösung sein. Perfekt. So hätte ich das ganz gerne. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart wieder mal. Hat Spaß gemacht. Ähm, schreibt mir eure Lösung wie immer irgendwie. Und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.